Ja Freunde, ihr könnt es vielleicht schon sehen und auch hören, das heutige Video startet ein wenig anders als sonst. Denn ich nehme an, ihr alle habt den Titel gelesen und ja, es stimmt, das hier ist das Ende von Barry. Also Freunde, ich weiß, es hört sich traurig an, aber so ist das im Leben, alles hat irgendwann mal ein Ende. Und genau so ist das eben auch mit Barry. Ihr wisst, Barry war sehr, sehr viel auf meinem Kanal vertreten, ich habe sehr, sehr viele Videos mit ihm gemeinsam gemacht. Aber so wie die Zeit vergeht, werden wir eben auch älter. Ja und genau so wie wir alle älter werden, wird auch Barry älter. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns nochmal die heutige Folge Barry gemeinsam genießen. Schenkt dem alten Mann ein bisschen Support, Leute, lasst auf Ehre ein Like da, wenn ihr Barry genauso sehr gemocht habt wie ich. Und vergesst euch auch nicht zu abonnieren und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. Ja, Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und wie ihr es bereits sehen könnt, sind wir wieder mal in unserem Gefängnisbett hier aufgewacht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich bin nicht mal wütend oder sauer, dass ich heute wieder hier aufgewacht bin, weil das könnte vermutlich das letzte Mal sein. Denn ihr könnt es schon sehen, Leute, da vorne ist Barry. Und ich weiß nicht, ob man es auf den ersten Blick erkennt, aber ihm geht es einfach nicht mehr so gut mittlerweile. Ich meine, ihr wisst, wir haben schon unzählige Barry-Videos gemacht. Ich blende euch einfach mal hier ein paar davon ein. Ihr könnt es sehen, aber es sind wirklich einige. Aber wie ihr es sehen könnt, ist Barry mit der Zelt auch leider älter geworden. Ich meine, vielleicht kann man es sehen, seine Klamotten zerfallen langsam und er ist auch nicht mehr der Schnellste, um ehrlich zu sein. Und ihr seht, er braucht auch mittlerweile so einen Krückstock zum Laufen, ne? Weil es ihm halt einfach nicht mehr so leicht fällt, hier ganz normal rumzulaufen und die ganzen Verbrecher hier wegzuschnappen. Und außerdem ist sein Augenlicht auch nicht mehr das Beste, also er sieht auch nicht mehr besonders gut. Und das macht sich natürlich als Gefängniswärter nicht also gut, weshalb hier auch das Gerücht rumgeht, dass Barry eventuell in den nächsten paar Tagen einfach gefeuert wird, weil ich meine... Ja, Leute, ich kann es ein bisschen verstehen. Es brechen halt immer mehr Leute hier aus dem Gefängnis aus, weil Barry halt einfach nicht mehr der Schnellste ist. Und deshalb, Leute, würde ich sagen, lasst uns heute nochmal einen Tag hier im Barry-Gefängnis verbringen. Und ich würde sogar vielleicht sagen, Leute, dass wir heute mal nicht versuchen, hier wirklich komplett krass auszubrechen mit den krassesten Tricks und uns irgendwelche Items kaufen. Sondern vielleicht lassen wir uns heute auch einfach mal mit Absicht von Barry fangen, um ihm vielleicht einfach nochmal ein gutes Gefühl zu geben, bevor er hier entlassen wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ihr seht, ich bin hier gerade schon auch nebenbei am Ausbrechen, weil ich meine, sonst labere ich hier heute wieder viel zu viel um den heißen Brei. Deswegen lasst uns direkt zur Sache kommen. Ich denke, ihr kennt ja mit, Leute, das Barry-Gefängnis. Und man kann es vielleicht auch sehen, es ist nicht nur Barry selber, sondern das komplette Gefängnis, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also hier rostet und schimmelt langsam mittlerweile alles. Weshalb es auch einfach sein kann, dass das komplette Barry-Gefängnis zugemacht wird. Ja, wäre eigentlich nicht so schön, weil ich schon krasse Erinnerungen hier habe, Leute. Weil ihr wisst, wie viele Videos ich hier aufgenommen habe. Aber wie ich bereits meinte, Leute, alles hat mal ein Ende. Deshalb würde ich sagen, lasst uns einmal hier nach unten zu den Zellen gehen. Und ich meine, man kann es auch hier schon so ein bisschen sehen. Hier stehen mittlerweile auch schon Kartons, weil einfach Sachen gepackt werden. Weil halt, wie gesagt, damit gerechnet wird, dass das ganze Gefängnis bald leer stehen wird. Ihr seht, auch hier wird überall schon gereinigt, damit das Gefängnis natürlich auch in einem halbwegs ordentlichen Zustand verlassen wird. Die hätten zwar eigentlich auch mal ein bisschen zeitiger hier putzen können. Boah, das hat echt immer ziemlich hier gestunken, Leute. Aber könnte vielleicht auch einfach daran liegen, da Barry immer sehr oft am Furzen war. Und ich sehe ihn bisher irgendwie nicht furzen, was auch nicht so gut ist, Leute. Bitte, Barry, gib mir noch mal einen letzten Furz. Komm schon! Barry, bitte noch ein letztes Mal. Gib uns einen Furz, bitte! Oh Mann, Leute. Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Ihr seht, Barry ist auch nicht mehr am Furzen. Und ihr seht auch, obwohl ich eigentlich direkt vor ihm stehe, er fängt mich nicht. Weil ich habe es bereits erwähnt, Leute. Sein Augenlicht hat ziemlich stark nachgelassen. Eigentlich bräuchte er auch eine Brille. Weil ich meine, schaut mal, ich stehe hier einfach. Und er läuft hier, als wäre nichts gewesen, weil er kann mich nicht sehen. Nur wenn ich gefühlt wirklich vor ihm stehe, sieht er mich mal irgendwann. Deswegen würde ich sagen, Leute, komm, wir rennen mal zu Barry. Und er hat mich gesehen, Leute. Ihr seht es, Barry versucht mich zu fangen. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach einmal fangen von ihm, um ihm nochmal ein gutes Gefühl hier zu geben. Komm schon, Barry, Opa, wir umarmen uns! So, Leute, okay, wir sind wieder Resport. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, Lumex, was machst du da? Du musst doch hier ausbrechen. Das werden wir auch, Leute. Aber ich habe es gesagt, wir müssen Barry wenigstens nochmal so ein gutes Gefühl geben, bevor er hier entlassen wird. Aber okay, ich würde sagen, jetzt ziehen wir durch, wir drücken den Knopf und schleichen uns am Barry, Opa, vorbei. Barry, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Sonst werde ich für immer hier eingesperrt und werde alleine gelassen, weil das Gefängnis bald geschlossen wird. Deswegen, Barry, ich muss leider ausbrechen. Es tut mir leid. Oh nein, Leute, guckt euch an, wie traurig er ist. Er geht einfach wieder runter. Er hat sich so gehofft, wenigstens noch einmal jemanden einzusperren. Deswegen, Leute, lasst unbedingt ein bisschen Liebe für Barry da, wie gesagt. Liked einfach das Video. Oder schreibt vielleicht doch einfach einen netten Kommentar, was euch an Barry gefallen hat. Und ich würde sagen, Barry, wir sehen uns auf der anderen Seite. Denn wir müssen jetzt erstmal hier zu den Toiletten, Leute. Und ihr seht, auch hier ist alles bis in die Jahre gekommen. Überall platzen die Rohre. Überall läuft einfach Wasser raus. Auch hier wieder überall Wasser. Aber na gut, wir checken erstmal ganz kurz die Toiletten. Und hier sieht eigentlich alles wie immer aus. Die stinkende Toilette, die bleibt natürlich wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einmal die Schaufel nehmen. Und graben uns einmal nach unten, ne? Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was uns jetzt hier unten erwarten wird. Ob da auch alles ein bisschen, ich sag mal, die Jahre gekommen ist. Oder ob da alles wie immer aussieht. Und ja, okay. Bisher fällt mir nicht wirklich ein großer Unterschied auf. Bis auf, dass wir hier so neue Steine bekommen haben. Ja doch, es sieht schon ein bisschen anders aus, Leute. Also ihr könnt sehen, hier die Steine zerfallen auch langsam. Alles wird kleiner. Alles fällt in sich zusammen. Das heißt, lasst uns mal lieber schnell hier rauskommen, bevor uns noch die Decke auf den Kopf fällt. Okay, aber die gebrochenen Bretter sind immer noch gebrochen und wurden noch nicht repariert. So muss das natürlich. Okay, dann lasst uns jetzt hier weiter zu der Riesenmommel laufen. Und auch hier sieht es ein bisschen anders aus als sonst irgendwie. Also das Wasser hier gammelt auf jeden Fall mittlerweile auch. Ihr könnt es sehen. Digga, das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Und oh mein Gott. Natürlich kommt auch wieder eine Riesenmommel gerollt. Lol. Und die haben auch mittlerweile hier oben so Licht angebracht. Okay. Vielleicht wird das Gefängnis hier auch umgebaut. Und wird so irgendwas Neuem gemacht. Vielleicht ein Krankenhaus oder irgendwas. Aber warte mal. Oh mein Gott. Wie schnell kam denn die Kugel gerollt? Also okay. Wir probieren das Ganze nochmal. Ich glaube, ich hätte erst warten müssen, bis die hier vorbei rollt. Ich dumm Kopf. So, jetzt können wir laufen. So, einmal rein hier. Und dann einmal hier zur Leiter, meine Freunde. Und ich weiß, es wird jetzt die ein oder anderen geben, die sagen, Lumex, du musst gucken, ob es hier einen Geheimgang gibt. Leute, wir sind hier im Barry-Modus. Es ist alles wie immer. Aber Barry ist noch ein bisschen älter geworden. Also natürlich wird es einen Geheimgang geben. Aber ich habe euch ja schon gesagt, wir wollen Barry heute nicht ärgern und irgendwie in seinen Geheimraum einbrechen. Sondern wir wollen ja nochmal eine Freude machen. Deswegen brechen wir heute bewusst nicht in seinen Geheimraum ein. Sondern gehen einfach mal weiter. Egal wie schade das ist, Leute. Aber heute müssen wir Barry einfach mal ein bisschen Respekt erweisen. So, und ihr seht auch hier. Oh Mann, ihr seht auch, Leute. Der Barry Ritter auch erst ein bisschen in die Jahre gekommen. Oh mein Gott. Okay, und hier liegen mittlerweile auch überall so Skelette rum. Das sind anscheinend alles Leute, die auch schon sehr, sehr lange hier lagen. Und ich würde sagen, wir sollten ein bisschen schneller rennen. Weil sonst vermöbelt uns Barry Ritter gleich mit seiner Riesenkeule. So, komm schon, komm schon. Oh, okay, das hätten wir, Leute. Jetzt nichts wie ab nach oben, komm schon. Okay, wir sind oben angekommen. Und ich sehe, hier ist alles zu, Leute. Schaut mal, es geht hier weiter. Okay, das ist auch neu. Kann vielleicht daran liegen, dass mit den Jahren der Fahrstuhl, also der Aufzug, der sonst normalerweise hier ist, dass der einfach irgendwie kaputt gegangen ist oder in Wartungsarbeiten ist. Weil wie gesagt, es sind einige Jahre hier vergangen. Und es funktioniert nicht mehr alles ganz so, wie es soll. Deswegen haben die jetzt einfach hier so ein bisschen nachgeholfen mit dieser Treppe. Und jetzt ist hier quasi so ein Ersatzfahrstudio nach oben geht, den wir jetzt einfach mal benutzen, Leute. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt im oberen Geschoss vom Gefängnis aussieht. Ob sich da auch alles ein bisschen verändert hat oder ob da... Okay, ja, ihr könnt es sehen, Leute. Die Wände fallen hier auch langsam in sich zusammen. Einfach der Putz fällt hier von den Wänden, ne? Auch hier wird gerade noch gewaschen, Leute. Und oh mein Gott! Hä? Okay, warte. Guckt euch das mal an. Das komplette Gefängnis zerfällt einfach, Leute. Nein, wie schade. Guckt euch das an, Leute. Das war einfach mal das Barry-Gefängnis. Und jetzt fällt es einfach in sich zusammen. Ihr seht, überall fallen Sachen von der Decke. Das ist echt krass. Und jetzt wird hier gerade alles so vorübergehend mit so... Was ist das? Mit so Schulbänken gehalten einfach. Also, das könnt ihr euch echt nicht ausmalen. Aber okay, wir springen jetzt hier mal ganz gekonnt rüber. Zack, einmal die Leiter nach oben. Ich bin auch echt gespannt, ob wir noch einen Endboss-Kampf haben werden. Eigentlich wäre es schon cool. Dann könnten wir Barry noch einmal die Ära erweisen und einen letzten Kampf geben. Weil ich weiß nicht, ob ich es schon im Video gesagt habe. Aber wir sind tatsächlich der Letzte hier im Gefängnis. Alle anderen Insassen wurden nämlich schon zu einem anderen Gefängnis rübergebracht. Und ich bin quasi noch der Letzte, der hier geblieben ist. Und ihr seht, die Leiter steht nämlich direkt schon da. Die müssen wir gar nicht erst holen kommen. Hat wahrscheinlich hier irgendeiner stehen gelassen. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass hier noch jemand im Gefängnis ist. Und Mensch, ich kipp hier die ganze Zeit runter. Jetzt aber! So, jetzt nichts mehr ab nach oben, Leute. So, wir sind da. Jetzt geht es hier... Oh nein. Leute, ihr seht, auch hier die Rohre platzen. Überall kommt Wasser einfach raus. Das gibt es echt nicht. Ey, das ist echt schade zu sehen, wie das Barry-Gefängnis einfach so vernachlässigt wird. Und einfach so in sich zusammenfällt, Freunde. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Aber okay, ihr seht, mittlerweile entstehen hier einfach Schneemänner. Weil es hier echt kalt ist, weil die natürlich auch die Klimaanlage beziehungsweise die Heizung abgeschalten haben. Deswegen wird es auch langsam echt Zeit, dass wir mal hier ausbrechen, weil sonst erfrieren wir hier noch. So, ab nach oben hier. Zack! Und oh mein Gott, es bilden sich einfach mittlerweile so Eiszapfe an der Decke. So kalt ist es hier. So, ihr wisst, Leute, normalerweise kaufen wir uns hier immer den Jetpack und fliegen drüber. Dieses Mal machen wir uns aber die Mühe und drehen hier einfach die Rohre ab. Weil sonst muss das alles Barry machen, Leute. Weil an ihm bleibt das ja sonst hängen. Er muss das Gefängnis ja, ich sag mal, allenwegs ordentlich hinterlassen, ne? Und das würde ich sagen, machen wir einfach mal für ihn. Wir nehmen ihm die Arbeit einfach ab und drehen für ihn die Rohre hier einmal ab. Dann muss der alte Mann das nicht machen, ne? So, dann einmal hier unten das letzte Rohr, zack. Und dann können wir auch wieder nach oben laufen, ne? So, wir klettern einmal die Leiter nach oben, zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, nichts wie raus hier, Leute. So, einmal hier hoch. Und ihr seht, hier ist einfach noch der Schneemann. Wie süß, Leute. Okay, wir sind im nächsten Lüftungsschacht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keine Spinnen verstecke, weil ihr wisst, das Gefängnis ist mittlerweile sehr, sehr alt. Das heißt, überall könnten vielleicht auch so Krabbeltiere auf uns lauern. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht so cool. Deswegen gucken wir, dass wir den Parcours hier schnell hinter uns springen. Komm schon. Und ihr seht, auch hier ist alles ein bisschen eingerostet. Alles ein bisschen dunkler als sonst. Also, das Gefängnis hier wird echt krass vernachlässigt, Mann. Das Gefängnis war eigentlich mal so schön, Leute. Und jetzt steht hier überall einfach Müll rum. Und selbst hier, die Abluft. Das stinkt ja richtig. Bah, okay. Ihr seht, Leute, nichts wie raus hier. So, einmal ab nach unten. Und wir sind in der Cafeteria angekommen, Leute. Und natürlich, der Cafeteria Barry, der gute Suppenkoch, ist natürlich genau wie Barry auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ihr könnt es ihm ansehen, Leute. Er sieht mich einfach nicht. Weil auch er ist nicht mehr der Jüngste. Seine Klamotten sind langsam auch ein bisschen zu klein. Die gehen auch schon kaputt. Deswegen würde ich sagen, Leute, gucken wir jetzt einfach mal, dass wir den Suppenkoch hier schnell platt machen. Und ihr seht, auch er ist nicht mehr der Schnellste. Er checkt einfach gar nichts, Leute. Ihr merkt es. Und ich muss echt sagen, ich finde das gar nicht mal so lustig. Ich mache das echt traurig, weil ihr wisst noch den allerersten Barry-Ausbruch. Ach, wie krass der war und wie schwer der war. Und jetzt ist es einfach so einfach, weil die einfach alle schon so alt geworden sind. Aber egal. Komm, wir schießen mit ein paar Burger auf ihn. Nimm das, Barry. Oh Mann, der arme Suppenkoch, Leute. Guckt ihn euch an. Er ist einfach explodiert. Aber na gut, jetzt hat sich hier hinten das Tor geöffnet. Das heißt, wir können jetzt hier rauslaufen, Leute. Zack, 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 zack. Ihr seht, hier stehen einfach ein paar alte Waschmaschinen rum. Und jetzt seht ihr schon, geht es hier einfach mal die Rutsche nach unten. Wow. Aua, 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 wow. Und oh mein Gott, Leute. Könnt ihr das sehen? Die Rohre platzen hier alle. Ihr seht, dass das Wasser hier mittlerweile... Oh mein Gott, Leute. Ich bin da einfach reingefallen. Ihr seht, das Wasser steigt immer mehr an. Das heißt, wir sollten langsam wirklich gucken, dass wir hier rauskommen. Weil sonst gehen wir gleich mit dem Gefängnis hier gemeinsam unter. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nichts wie raus hier. Komm schon. Verlassen. Ja, einmal bitte hier raus. Raus die Maus. Okay, ihr seht, wir sind jetzt hier bei den Lasern angekommen. Ja, aber das kriegen wir hin. So alt bin ich nicht geworden. So, komm schon. Zack. Zack, hier einmal durch. Easy peasy. So, hier auch nochmal durch. Und den haben wir auch, Leute. Und jetzt ab nach oben. Zack. Okay, und jetzt könnt ihr es schon sehen. Wir sind am Ende angekommen. Und ihr seht, auch hier braucht man keine Bretter mehr. Man kann hier einfach drüber laufen. Das haben die sich mittlerweile auch gespart. Ja, Leute. Da ist die Endtür. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns warten wird. Lasst aber, bevor wir da reingehen, Leute. Gern alle nochmal ein Like da. Einfach, um Barry nochmal zu ehren. Und jetzt lasst uns gemeinsam schauen, ob Barry es nochmal schafft, einen gemeinsamen Endboss-Kampf hier zu machen. Und, naja, mehr oder weniger, Leute. Barry wurde jetzt einfach mal mit so einem Roboter ersetzt. Okay. Er scheint auf jeden Fall ziemlich stark zu sein. Aber ihr seht, Leute. Barry ist also selber nicht mehr am Kämpfen. Sondern er wurde einfach gegen einen Roboter ersetzt. Was eigentlich voll traurig ist. Mann, ich wollte gegen Barry kämpfen. Und jetzt muss ich einfach gegen so eine Barry-Attrappe kämpfen, die echt viel zu stark ist, Mann. Wo ist mein alter Barry? Mit den Miniguns. Ah. Wir müssen es nochmal machen, Leute. Er hat mich einfach vermöbelt. Ich meine, er ist einfach viel zu krass, was ja gut ist, damit niemand ausbricht. Aber ich meine, die haben Barry einfach mit einem Roboter ersetzt, Leute. Mann. Und das war vermutlich auch der letzte Boss-Kampf gegen Barry, Freunde. Ihr seht, der Rasen wurde jetzt hier schon neu gemacht. Hier ist, glaube ich, einfach so ein Fußballfeld, was jetzt hier gebaut wird. Vielleicht wird es auch eine Schule oder so jetzt. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das letzte Auto und brechen hier gemeinsam aus dem Barry-Gefängnis aus. Bis ihr seht, wir wurden jetzt hier direkt zum Endroom teleportiert. Was so viel bedeutet wie, das ist das Ende, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst doch mal unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. 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 Ciao.